Ich nehme heute für mich mit, SAC ist cool, aber obendrauf natürlich auch total spannend, dass ich jetzt auch mal live euer Produkt ein bisschen hineinschnuppern konnte und es ist schön oder traurig gleichermaßen zu sehen, dass andere Leute auch schon die gleichen Probleme hatten wie ich. Das muss ich leider Gottes auch mitnehmen aus diesem Talk und gleichzeitig aber auch gut, dass sich jetzt jemand dieser Probleme annimmt und Lösungen dafür präsentiert. Ich nehme es auch weiter für mich mit aus den anderen Talks, die wir bisher hatten, dass eben die Schnittstelle nach wie vor ein Problem darstellt und dass das der richtige Weg ist, das zu targeten, sage ich mal, und da anzusetzen, um den Prozess noch effizienter zu gestalten. Vielen Dank.